Gehst du wählen? Für was? EU-EU. Was ist das? Wo ist das? Aber entschuldigen jetzt, was hat das mit mir zu tun? Eine Stimme. Bitte. Unbedeutend. Ein. Weißt was? Stimmt einfach nicht. Außer, du hast ein Problem mit inkompetentem Personal, gell? Ich bin EU-Bürger. Ich darf wählen. Ich wähle, weil ich wahnsinnig gern im Frieden lebe, weil ich ein Problem mit Nationalismus habe und weil ich einfach gern reise und weil mir Dummheit zu wider ist. 26. Mai.